Batches Batches Aber ich glaub, ah ja, passt Ja, spitze die unten rechts von mir, die stehen ja schon wieder Ziemlich genial Ach, ich hab mich auch gewundert, wenn nicht irgendjemand in den ersten 5 Sekunden was zu meckern hat Werner Nee Geilse Natürlich jetzt hier ungünstig Basti Ernsthaft, ach ganz ehrlich Basti, mach mal dein Mikro ein paar Zentimeter weiter weg vom Mund Ein paar Zentimeter weiter weg vom Mund Was war denn jetzt so ungünstig, Basti Ja Hehehe Weiß ich nicht, hab ich vergessen Ui, oh Als ich sehe den nicht mehr, versteh ich nicht Ja Ganz komisch, Basti, ne Äh Äh, lasst sie den Geldmento rein Äh, Walter Der ist ziemlich, der ist ziemlich nett Ach so Ist dein eigener Ja, ist dein eigener, das kann auf grün geschaffen Hehehe Basti Aber nicht Ich hätte eine Idee auf Lager Nee, 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 nee Nicht das tun, woran ich auch gerade denke Ich müsste Ich müsste Verfahren Ich könnte meinen Würmern ziemlich schaden Ach, nur einen Wurmwechsel, oder was? Irgendwo Ja, klar Ja Ja, du kannst natürlich auch die ganze Map die ganze Zeit hin und her switchen Ja, das ist ein Walter Warum nimmst du den weg? Ich wollte dir da runter juckeln Juckeln Ich juckel den jetzt rein Oh Ja, war gut Ja 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 Ach, f*** dich doch Walter Ja, scheeeeeer Ja, scheeeer Leer ungünstig Leer ungünstig Sehr hart Sind da an uns Ready Komm, jetzt magst du Bastien noch einen Wurmweg, oder habt ihr alle nur noch vier Wurmmer? Oder drei? Nichts? Nee, 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 wir lassen das einfach so Drei Ist ja noch besser Du kannst den roten da noch runterjagen mit so'n Schiff Richtig Lass doch Leute, das ist doch nicht euer Ernst Nee Immer auf mich Hätte das Basti Ach, f*** dich Stierf Was war das denn für'n olles Vieh, alter? War aber nicht so geplant, oder? Ehrlich jetzt mal Aber schwimmen konnten dann nicht switchen Hätt ich dir aber vorher sagen können Come on Oh, der steht natürlich da neben dem Fassel Gibt's eigentlich Mods für das Spiel? Haben wir noch nie nachher zu kochen, ne? Es gibt mehrere Reversionen mittlerweile vor dem Spiel, das weiß ich Ja Ob's jetzt Modifikation sind oder ein separates Spiel, weiß ich nicht Von Worms oder von Worms Revolution? Ja Von Worms Revolution Hatschen C Also ich hab ohne Ende die ACs da drin, aber das sind alles nur Single Player Nein Was? Was? Das war, äh, Like a Basti Ach, Like a Basti am Arsch, das ist doch das Scheißspiel Das war das Nude-Check-Game, Basti Häh, 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 Häh Warte hoch Äh Ach, das geht doch nisch Deinem Alter nicht mehr, Werner Werner Ah, muss man, muss man sehen, ne? Ja Es wird nichts, Werner Oh, ganz vorbei, oh, oh ne, ne. Du wirst schon wissen wir noch. Ja. Nein! Wunderbar, wunderbar über den Nippel befördert. Ernsthaft? Ist doch, ja, applauswürdig. Müssen wir auf Basti gehen, der hat auch viel Würmer. Basti? Okay, gehen wir auf Basti. Wollen wir abstimmen? Ich kann jetzt schon ziemlich viel machen aktuell. Da unten ist es. Du kannst dich doch in der Ecke vergriechen. Du kannst dich reinbohren da zum Beispiel. Hat Ritchi gestern auch gemacht. Oh ja. Der Wurm in der Mitte ist ja schon quasi tot. Dann kommt Ritchi an und füllt den ganzen Grab mit Wasser. So ne déjà vu hier. Das war knapp, das war ja mal knapp. Ach, weißt du was? Wir brauchen ein paar mehr Wasserbohren, um da alles voll zu trinken mit Wasser. Das Beste machen wir da unten ein Loch rein. Das ist glaube ich leichter. Das Trinken, was jetzt gerade gespawnt ist, ist genau runtergefahren. Hast du ja noch vier Würmer? Das können wir mal ändern. Ach am Arsch. Walter hat den Dicks. Nein. Walter hat den Wurm mit dem meisten Leben. Nuno, Walter hat den Dicks. Wo lebst du denn, ey? Was war das, Walter? Das habe ich nie gesagt. Meine Mutter hat gesagt, ich soll nicht lügen. Warum sollte ich so was sagen? Alter Schwede. Alter Schwede. Alter Schwede. Nein. Oh. 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 Das war aber nicht geplant. Ach, dann tanzte der da runter. Ey, der kann Wurm nach unten. Alter, es läuft ja der Rote auch noch mit, aber er hat nicht ganz funktioniert. Ja, genau. Morgen ist Weihnachten, oder? Oh. Spring mal nach links, Basti. Du kannst da links auf die Kante springen. Ja, Basti. Spring mal nach links. Komm. Du uns allen einen Gefallen. Ich will jetzt, ich will das ausprobieren, ob das funktioniert. Er ist der kleine Wurm, der natürlich schafft er. Ja, Basti. Klar. Wie speedy kurz alles. Also wenn 3 das sagen, dann würde das schon funktionieren. Ohne Witz. Ja, guck. Da siehst du ja. Glaubst du, wir würden dich anlügen? Ja. Oh oh. 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 Oh, Armageddon, was sagst du? Geht gleich in den Gehirn. Ähm. Erschütterung. Basti. Guck mal, der Rote steht ziemlich interessant auf dem Re... Nee, jetzt lasst mich doch mal in Ruhe, Leute. Das kann doch nicht sein. Ey, mach den links rein, da wo meine beiden Würmer drin sind. Der, der ist wunderschön. Komm. Yes. So, den einen nach links, der andere fliegt mir im Fass aus. Das war der kleine, der passiert nicht so viel. Scheiße. Kennst du das? Ähm. Hm. Das ist einfach nicht. Das ist einfach nicht. Huh. Huh? Ach, Männer. Scheiße. Da war schiefgegangen. Ich fand auch, das war traumhaft. Alter. Wow. Wow. Wie kann man den Wurf denn verkacken? Wie kann man den Wurf denn verkacken? Ich wollte mich entscheiden, nehm ich den jetzt im Loch, oder nehm ich den außerhalb vom Loch? Ja, das ist auch total möglich, da neben dem 96er noch so eine Sanate dazu platzieren. So, nur Kiste hochgehen. Wie viel gibt denn so eine heilige Maximalschaden? 65. Na ja, dann ist sowieso zu wenig gewesen. Ach, das ist doch scheiße. Forever alone. Ja. Forever alone. Forever alone. Ja. Ähm. Ja. Ja. Like a pro. Dein Ernst? Ah, ha, 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 wahrscheinlich. Ja, like a pro, kommt man nicht die Kante hoch? Ja. Die Kante funktionieren. Ach, übrigens, danke, Werner, das ist so eine tolle Operation. Wo du Map genommen hast, wo keine Meden drauf sind. Ja. Nein. 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 Och, och, och. Och. Da lässt du aber auch nichts locker, ne? Ähm. Du hättest den Ärger jetzt kaum auf der Gute. Klingt doch einfach nur so hart schon wieder. Das war's ein Great Wurm. So, und da ist so ein cooler Typin. Ach, warum haben wir da noch keine Bananen freigeschaltet? Ach, ich hab nur sowieso nur noch zwei von den Scheißdingern. Ach, leck mich doch am Arsch. Das war krass. Fuck you. So, ich hab jetzt eine persönliche Abneigung gegen Richie. Bist du ja nicht der Einzige. Was geht mit dir? Ach, das ist ein Zufall jetzt da. Ja, wenn ich nur noch zwei Würmer hab, du kacken Ob. Ja. Du kannst genau durch die Kante der rechts bei Walter da so ein Ding reinwerfen. Oder du verschwendest eine Banane für einen Wurm. Ja. Rechts steht auch nur ein Wurm. Alter Schwede. Oh, der war schön. Was war das denn? Aber genau 150. Wow. Sind die alle auf einmal hochgegangen? Ich weiß auch nicht was... Vielleicht haben sie sie durchs Wasser gesammelt. Aber da hättest du mehr Scheißding gegen den alle auf ihn auf den Wurm. Ey, jetzt hätte eine persönliche Aufnahme gegen Basti. Ähää. Ja, Knopf. Ich bin im falschen Angle, ich weiß das. Ich hab mir zwei Würmer. Ich weiß nicht. Wahrscheinlich bald nur noch eine. Wenn Werner fertig ist. Ja. Er probiert es aber immer wieder, oder war er? Klar! Ah, das liegt noch für das Moment. Ach, das war aber nicht so vernünftig. Aber Moment mal! Echt? War er ja deine Balanenbremusie? Ach, du mieser Ficker! Ach, schade. Weißt du, guck dir mal Walters Rügel an, der hat noch 275 und 150er, aber nein! Er hat hier stehen. 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 Ja, ja, am Arsch. Ganz herrlich. Das war Bullshit. War ganz herrlich, ne? Wie noch am Basti? Äh... Schon ein bisschen um. Nein! Wow! Und das ist gerade am Gewinnen. Diese Spezies gewinnt gerade. Wow! Du will have pain in die Analhöhle? Ach ja, Mama. Nee! Hör auf, Ritchi! Komm! Geh weg! Du willst es doch gar nicht! Ja, genauso! Oh! Oh! Nee! Ah! Alter Verfolger! Ja! Basti! Ja, ich hab richtig Glück. Das sieht man ja gerade am Spielstand. Ja! Das ist aber Dummheit. Aber Glück ist trotzdem. Ja! Doch! Nix! Töne! Gack' mich allein! Wider machen! Basti! Jetzt要 turn! Ja! Opa! Ja! Jetzt entfährt sie gleich tot. Oh oh. Der Kacknum ist zu inkompetent. Verdammt. Kommt mal dich hoch. Ey! Ja mit dem kleinen Wurm. So. Komm gehen. Was machst du denn da? Äh, ich streichel jetzt wahrscheinlich den gelben Wurm hier an. Quatsch. So. Wir haben keinen Baseball Schläger. Der Weg war umsonst. Scheiße. 3, ho, runter. Yes. Okay. War, war's total gut. Meister. War super. Er hat noch neun Leben. Von 150, du Kacknum. Erzähl mir keinen Scheiß. Er ist noch. Ha! Dich noch! Doch mal Basti. Nee, das nehmen wir auch nicht. Haa, schwierig. 会 ischuhen wir noch weg machen. Haah, schwierig. Verstehen zwei. Ja. Von linken Seite stehen zwei blau und ein gelber. Ah! Nein! Alter, auch mal du mir im Wehzahn. Jetzt steht da mal ein Roter. Wer das lacht der, guck mal. Das war so eintönig da. Da muss man ein Roter mit rein. Da muss man ein bisschen Farbe ins Spiel. Was soll's, Basti? Ach, Mr. Fickfresse, Hilder. Rickroll this! Ja. Das hat wohl gereicht. Alter. Macht er nicht. Bananen. Aber jetzt ist noch ein Amakeron da oben wahrscheinlich. Wasserbombe. Ja, am Fass ist gut. Du kannst da stehen bleiben. Ja. Fuck you game! Muss man sagen. Fuck you game! Ja. Ach, Fick mich doch. Ja. Hat er was? Hat er was? Aber definitiv besser. Hat er was? Das hab ich aber umgebracht, auch wenn es mein eigener war. Ja. Ja. Ja, ich bin der Fall von mir. Ja. Ja. Aber gut, schon kassiert er, Dings. Oh, Werner. Au! Oh, Werner! Oh, Werner! No, no, durchbohren hier zu meinem Wurm. Oh. Der war immer ganz schlimm über mich drüber da gewesen. Aber der 9 hat überlebt, glaub ich. Hoffe ich. Oh, oh. Ne, ne, der 9 hat nicht überlebt. Doch, doch, könnte sein. Oh, Ritschi, das Wurm ist auch weg. Oh, Werner. Ach, Quatsch, jetzt stimmt der andere, oder was? Aber, aber, der 9 hat überlebt. Ich muss sagen, ich hab das Feld leicht ausgedünnt, insbesondere Werner. Ist das denn der Werner? Das ist doch großartig. Ach komm, Basti, weißt du, was denn? Du, ihr hättet ja mal auf Malta gehen können, aber nein. Basti, ja. Ich muss deine Probleme da vom Urologen berichten. Äh, ne. Ach, nee, oder? Oh. So, ich werd nächstes Mal die Lobby wussten. Weil mit der Fickfresse, namens Boggy B, spiele ich. Alter Schwede. Ist das denn, das war ne? Damit ihr Bescheid wisst, ne? Eheh, hehehe, hehehe. Ui. Er hatte was. Klar hatte der was, der kam von mir. Das macht's immer zu teuer. Ja. Er fliegt sich ja nicht gegenseitig aus, aber... Und was von dir zu kommen? Meinst du? Von Werner zu kommen und dann haben wir's davon ab. Ja. Das Problem ist ja, wenn ich mich jetzt nicht hochjagen wahrscheinlich. Aber wir müssen ja mal etwas riskieren hier. Ja, ja, werf ihn mal zu, werf ihn mal zu dem roten da hinten drüber. Wer cool ist, macht euch beide weg. Das ist zum Teufel. Oder er macht gar... Alter, 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 alter. Oder er macht gar keinen weg. Aber er macht's noch. Der Problem ist... Wie soll ich die jetzt beide wegkriegen? Ich würde vielleicht höher schmeißen sollen. Weil's funktioniert. Ich hab ja nichts, um die beide wegzukriegen. Danger Skills. Genau den Nippel da oben treffen. Mach's euch gleich selber weg. Das kann wohl passieren, aber... Okay, jetzt treib' es. Nein! Nein! Alter, das war so unglaublich gut. Der hat genau den Nippel getroffen, ey. Und dann lass' ich die Leertaste los. So ne Scheiße. Das kann nicht sein, ey. Mann! Nein! Wer ist... Werner, ernsthaft? Wow. Äh! Nein, nein! Klingt man so... Verschränkt! Nein! Wär war nicht schlecht, Werner. Na, ich hab' den Kacken gegräbt. Das läuft davon unentschieden. Da hab' ich gehört. Ach komm! Wir probier' uns mal. Ah! Was? Das glaub' ich auch... Du wirfst sie gegen einen Nippel und die fällt einfach nur ins Wasser. Das ist nichts. Das ist nichts. Oh. Aber gar nicht mehr so schlecht. Holy shit. Ist ja klar, wenn irgend so ein Kackdruck vorher die halbe Map wegbläst, ne? Ach Dirk, weil du zu blind bist zu sehen, wo die scheiß Map zu Ende ist. Der war aber schön. Der war nicht schlecht. Ich hab gesagt, geh mir aufwalt, aber nein. Von Sagen stimmt der nicht. Das ist so.